Glühende Öfen, Frustration und harte Arbeit damals. Tourismus und Kultur heute. Das Ruhrgebiet hat sich stark verändert in den letzten 50 Jahren. Das zeigen auch die Fotos von Manfred Vollmer. Mein Revier ist das Revier. So heißt die Ausstellung seiner Fotos aus fünf Jahrzehnten im Ruhrgebiet. Dabei kommt der Fotograf eigentlich gar nicht aus dem Revier. Dennoch hat es für ihn einen ganz besonderen Reiz. Im Ruhrgebiet fasziniert mich eben die Fülle der Themen, die Vielfalt, die nicht enden wollende Veränderungen auch im Ruhrgebiet. Diese Veränderungen hat Manfred Vollmer mit seinen Bildern festgehalten. Und zwar mit einem ganz besonderen Blick, nicht nur für Äußerlichkeiten. Er ist immer auf der Seite der Menschen und zwar auf den Menschen, die gerade möglicherweise die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachen, die gerade ihren Arbeitsplatz verloren haben. Er zeigt die Stahlarbeiter, die gerade erfahren haben, dass ihr Werk, das seit Jahrhunderten, seit einem Jahrhundert bestanden hat, wo der Großvater schon gearbeitet hat, dass es geschlossen wird. Manfred Vollmers Revierbilder dokumentieren nicht nur den Wandel einer Region. Sie zeigen vor allem die Emotionen dahinter, Eindrücke, die bewegen. Im Fall dieses Stahlarbeiters nach der letzten Schicht, der stand da und stand da in seinem Elend und hat die Welt nicht verstanden. Und als ich dann fertig war, habe ich gedacht, was machst du da, was tust du da? Da waren wirklich zwei Sälen sozusagen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich dieses Bild, ich sehe das und ich will das perfekt haben. Da hat er sich nicht gemütet, gab es auch die Gelegenheit, also die Möglichkeit jetzt da nicht nur zwei Fotos zu machen. Auf der anderen Seite, als Mensch habe ich mir gesagt, das ist ja unmöglich, was du da ablieferst. Die neueren Aufnahmen sind freundlicher, heller, leichter, erzählen Geschichten von einem veränderten Ruhrgebiet. Aber auch sie dokumentieren besondere Momente nahe am Menschen, nahe am Geschehen, zeigen das Ruhrgebiet in all seinen Facetten und bringen es dem Betrachter ein großes Stück näher.